Herr Schäfer, Sie haben ihn gefallen. Untertitelung des ZDF, 2020 Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU